es geht ab k easy wieder mal richtig hier fresh unterwegs und zwar ich habe eine interessante nachricht für alle meine fans k easy wird auf tour gehen ja mann du hast richtig gehört richtig ich gehe auf tour und zwar mit meinen jungs mit kmg mit beutel voller art mit chicken wings mit alles was das herz begehrt mit alkohol du weißt bescheid ich mache partys mit all meinen fans was ihr tun müsst ist einfach auf den link hier oben in der beschreibung zu klicken und für eure stadt zu voten und die städte mit den meisten votes das sind die städte wo wir mit unseren equipment hin kommen mein equipment oder mit unseren equipment meine ich natürlich das hier